Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, du stehst so kerzengerade. Inside Neustadt, der Bibi-Bloxberg-Podcast mit Britta und Benni. Heute, am 4. Advent, begrüßen wir euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Inside Neustadt, dem Bibi-Bloxberg-Podcast. Wir haben uns hier richtig, richtig gemütlich gemacht. Der Benni hat hier tütenweise Weihnachtsplätzchen angeschleppt und hoffentlich auch noch ein paar Selbstgebackene mitgebracht oder sind es nur die Gekauften? Ja, hallo Britta, auch von mir. Ich habe mir hier richtig Mühe gegeben und werde erst mal so empfangen. Nein, natürlich, wie du siehst, die Zimtsterne sind zum Beispiel selbst gemacht. Da stand ich den ganzen Nachmittag gestern in der Küche. Die sehen auch selbst gemacht aus. In der Küche macht man sowas, glaube ich, wenn ich im Bad. Ja, ich stand in der Küche den ganzen Tag gestern. Und diese leckeren Dinkeldoppelkekse. Hast du nicht selber gemacht. Habe ich in einer Fachdrogerie meines Vertrauens auch noch gestern kurz vor Ladenschluss erworben. Möchtest du einen? Nee, jetzt gerade nicht. Ich glaube, dann krümel ich hier zu doll aufs Mikrofon. Aber wenn wir gleich mal eine kleine Pause machen, dann nehme ich selbstverständlich gerne einen von deinen Zimtsternen, aber nicht von den Doppelkeksen. Ich freue mich auch, dass du die Kerzen so feierlich angemacht hast, dass der Adventskranz glüht, muss man ja schon fast sagen. Ja, es brennt alles. Ja, also ich würde auch aufpassen, die erste Kerze, die ist schon nah an den Nadeln. Ja, die brennen immer so weit runter. Aber ich kann, ich tue mich schwer damit. Ich weiß nicht, wie es allen anderen geht. Ich möchte auch immer die erste Kerze, bleibt auch immer die erste Kerze. Ja, klar. Also ich würde halt nicht anfangen, eine noch nicht angebrochene Kerze anzuzünden, nur damit die erste nicht so schnell runterbrennt. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Also im Prinzip ist das ja auch wie ein kleiner Kalender. Ja, genau. Man kann absehen, wie weit ist es noch zu Weihnachten. Es soll aber Leute da draußen geben, die versuchen, gleichmäßig abzubrennen. Das heißt, du zündest immer eine andere erste Kerze an die ganze erste Woche. Nee, das gibt es nicht. Doch, das gibt es. Nein. Doch. Versprochen, auf jeden Fall. Das kann ich mir nur vorstellen. Das ist ja verrückt. Aber ich glaube, bis Heiligabend hält sie noch durch, wenn wir sie jetzt nicht mehr so oft anmachen. Es sind ja nur noch wenige Tage, bis es wirklich zum Heiligenabend kommt. Bevor wir aber noch ganz weihnachtlich werden, Britta, möchte ich dir auch noch alles Gute, zum Geburtstag wünschen. Ich dachte gerade so, hä? Denn dein Podcast wird ein Jahr alt. Ja, deiner auch. Ach ja, echt? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das ist richtig schön. Wir feiern heute einjähriges. Einjähriges Jubiläum, muss man schon fast sagen. Ja, ich bin ein bisschen feierlich heute auf jeden Fall drauf. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir uns das erste Mal zusammengesetzt haben mit einem Mikro noch damals. Wir sprechen auch noch anders auf jeden Fall. Es ist irgendwie witzig, sich das mal anzuhören. Und das Schöne ist, es war ja auch eine Weihnachtsfolge. Und es war eine Weihnachtsfolge. Und da muss ich sagen, besser hätte man es fast nicht planen können. Hier schließt sich der Kreis. Wir besprechen heute wieder eine Weihnachtsfolge. Das ist ausgesprochen schön. Ja. Ich habe vorhin mal in unsere erste Folge reingehört, in die Weihnachtsmänner. Ich hatte so ein ganz gemischtes Gefühl zwischen so einem nostalgischen, es war irgendwie schön, weil es so der erste war. Aber auch so ein bisschen, ich war noch, also ich würde sagen, da ist noch viel Selbstkritik, die da bei mir aufgeploppt ist. Ja, aber ich glaube, das ist ganz normal, dass man das bei alten Sachen, die man sich anhört, immer hat. Ich kenne das Gefühl aber sehr gut. Ich hoffe, wir sind ein bisschen besser geworden. Ja, das hoffe ich auch. Aber wir werden es nie herausfinden. Wir werden es nie herausfinden. Britta, lass uns zur heutigen Folge kommen. Das ist nämlich Folge 69, Verhexte Weihnachten. Aus dem Jahr 1998. Also auch schon 22 Jahre ist dieses Weihnachten her. 22 Jahre, ja. Das ist richtig, richtig lange her. Das zweite Weihnachten für Bibi. Ja, hoffentlich nicht das letzte, sage ich jetzt mal. Oh Gott, hoffentlich nicht. Lass uns doch mal erzählen, worum es in dieser Folge geht. Genau. Die Folge startet ganz besinnlich am 23. Dezember bei den Blocksbecks zu Hause, wo Bernhard amüsiert in der Zeitung liest, dass der Bürgermeister einen großen Baum auf dem Rathausplatz aufstellen lässt, den er von Baron von Zwiebelschreck geschenkt bekommen hat. Dabei fällt der Familie jetzt zufällig auf, dass sie noch gar keinen Baum hat. Und dann machen sie sich ganz schnell zum Rathausplatz auf, um einen Baum zu kaufen und treffen dort auch auf Carla, den Bürgermeister, den armen Pichler, der irgendwie versucht, diese riesige Tanne aufzustellen. Ja, wieder zu Hause angekommen. Warum will Bernhard den Weihnachtsbaum dann auch ganz alleine, natürlich, das ist ja dann wahrscheinlich Männersache, aufbauen, fällt dabei allerdings fast vom Stuhl. Bibi kann dann zum Glück noch mit einem ganz, ganz schnell gesprochenen Hexspruch helfen, indem sie Stufen in den Stamm hext, auf dem Bernhard dann entspannt nach unten laufen kann. Als dann Barbara nach Hause kommt, berichtet sie, dass alle Weihnachtsbäume in Neustadt jetzt genau so aussehen und diese Treppen im Stamm haben. Also irgendwas muss bei Bibis Hexspruch auf jeden Fall schiefgegangen sein. Um herauszufinden, welcher Hexspruch hinter diesem Weihnachtsbaum-Dilemma steht, bemüht Barbara nun ihre Hexenkugel und sie finden es gemeinsam heraus. Es herrscht allerdings ein bisschen Ratlosigkeit, weil der Spruch nicht wie üblich mit Ene Mene beginnt, sondern mit Abera Kadabara. Derweil ist Bibi dann nach einem Tipp von Carla Kolumna bei Eddie Edison zu Hause, weil der angeblich schon mal so einen Treppenweihnachtsbaum erfunden haben soll. Ja, und nun macht sich auch der Bürgermeister höchstpersönlich Sorgen und dann Druck bei den Blocksbergs, also er kommt bei den Blocksbergs vorbei, weil er sich jetzt aufgrund dieses Weihnachtsbaum-Problems Sorgen um seine Wiederwahl macht und er will, dass das Problem zeitnah gelöst wird. Dabei gibt er Barbara den nötigen Denkanstoß und sie bemerkt, dass es sich bei dem versehentlich gesprochenen Spruch um einen aus Oma Gretes Naturgarten-Hacksbuch handelt. Diese Erkenntnis teilt Barbara dann sofort Bibi mit, die ruckzuck von Eddie wieder nach Hause kommt. Ernüchternd stellen sie dann allerdings beide fest, dass der Spruch nur funktioniert, wenn die Baumwogen mit Schnee bedeckt sind. Jetzt soll Eddies Schneekanone helfen, die er zu einem früheren Zeitpunkt schon mal erfunden hat. Dieser kommt auch gleich mitsamt dem Maschinchen rum und bei Blocksbergs im Garten schneit es. Der komplizierte Rückheckspruch gelingt und der Baum ist wieder gerade, also Blocksbergs Baum. Allerdings sind alle anderen Bäume, die nicht vom Schnee geküsst wurden, noch immer Treppenstufen krumm. Blocksbergs und Eddie fliegen also zum Rathaus und bescheinen dort den Platz und die Tannen und hexen sie in den Normalzustand zurück. Damit nun auch in ganz Neustadt wirklich alle Weihnachtsbäume wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden können, kommt Bibi die Idee mit Eddies Fliegefahrrad aus der Folge Das Wettfliegen und der Schneekanone über Neustadt zu fliegen und von oben den Rückhecksspruch zu sprechen. Als kleines Weihnachtsgeschenk gibt Bibi dem Schnee auch noch Marmeladengeschmack und lockt so alle Kinder nach draußen. Am nächsten Tag ist dann Heiligabend und alles ist verschneit, denn auch das Wetter spielt mit und es hat noch richtig schön geschneit, sodass wir weiße Weihnacht haben. Damit dann auch am Heiligen Abend niemand alleine sein muss, sind sogar Carla und Eddie bei den Blocksbergs eingeladen und alle feiern ein schönes und gesegnetes Fest, bei dem Bibi sogar noch ihre ganz heiß ersehnten Inlineskates geschenkt bekommt. Ja, Friede, Freude, Eierkuchen würde ich sagen. Mal wieder. Mal wieder. Dann steigen wir doch gleich ein mit der Thematik, die wirklich über allem steht, dem Weihnachtsbaum. Und wir erfahren ja ganz am Anfang der Folge, dass der Bürgermeister einen Weihnachtsbaum für die Stadt Neustadt organisiert hat und zwar ist er ja geschenkt vom Baron von Zwiebelschreck. Und alle machen sich da so ein bisschen drüber lustig und ja, der Bürgermeister wird da fast für angeklagt, dass er das gemacht hat. Aber eigentlich ist das doch auch eine super Idee, so einen Tannenbaum nochmal zu recyceln oder nochmal zu benutzen. Das stimmt. Das ist gar nicht so eine dumme Idee. Allerdings ist, finde ich, der 23.12., da muss ich den Neustädtern halt auch zustimmen, wirklich für einen Stadtweihnachtsbaum ein bisschen zu spät. Ja, es ist kurz vor knapp. Es ist wirklich ein bisschen zu spät. Ja, das stimmt. Man hätte sich vielleicht früher drum kümmern können, aber dass der jetzt wirklich schon mal auf der Terrasse vom Baron stand, was Carla sich ja auch so fast als Skandälchen aufarbeitet, finde ich wirklich nicht so schlimm. Es ist ja auch wirklich eine Win-Win-Situation, weil der Baron den ja entsorgen musste. Also wo, das ist halt wirklich auch eine Frage, wenn du so einen großen Weihnachtsbaum hast, also auch so in Innenstädten, es sind ja oft so große Weihnachtsbäume, wo entsorgt man den denn? Den kannst du ja nicht auf den Kompost schmeißen. Den musst du ja schreddern und das muss ja richtig mit Kettensäge und sowas passieren. Das stimmt. Ein bisschen Brennholz herstellen. Ja, ich verstehe beide Seiten. Also der ökologische Aspekt ist gut, wenn man sagt, okay, wir teilen uns den Weihnachtsbaum. Allerdings muss ich dann auch wirklich sagen, am 23. Morgens einen Weihnachtsbaum aufstellen ist, also in der Privatwohnung ja. Ja, aber für, weiß ich nicht, für die Stadt auf dem Rathausplatz ist zu spät. Das stimmt. Trotzdem finde ich es ein bisschen kurios, dass die Blocksbergs oder gerade Bernhard sich da so drüber lustig machen, dass der jetzt auch so spät kommt, der Baum, aber selbst anscheinend komplett vergessen haben, dass sie auch noch einen Baum brauchen. Und es ist ja anscheinend so eine super tolle Familientradition, die denen aber so am Tag vor Heiligabend erst wieder einfällt. Ja, ein bisschen spät, ne? Also eigentlich denkt man doch rechtzeitig an so einen Baum. Wann kaufst du Bäume oder wann steht bei euch in der Familie? Früher auch, wann stand da der Baum? Ich sag mal so, stehen war auch immer erst so um den 23., 24. Thema, aber wir sorgen so um den, ab dem 1. Ja, damit man möglichst den geradesten Baum kriegt. Also meine Mutter hat mir gestern ein Foto geschickt. Unser Baum steht schon. Ist noch nicht geschmückt, aber er wurde gestern aufgestellt. Bei uns stand er immer so auf der Terrasse draußen und dann am 24. gab es dann gemeinsames Schmücken mit allen Familienmitgliedern. Und es ist auch eine ganz, ganz wichtige Regel bei uns zu Hause, dass der Weihnachtsbaum auf gar keinen Fall vor dem 24. angemacht werden darf. Also die Lichter. Genau. Angezündet werden darf. Oder angemacht mit so einer Soße. Die, die Lichter angeknipst werden darf. Also geschmückt wird er dann auch irgendwann. Da war ich auch in den letzten Jahren nicht daran beteiligt. Aber die Lichter an, das darf erst am 24. Vorher nur mal kurz zur Probe, ob auch alle Lichter können funktionieren. Aber ansonsten ist das, das ist absolut verboten. Ne, das ist bei uns alles auch immer erst früher. Also ich bin seit einigen Jahren jetzt auch schon nicht mehr dabei gewesen. Aber früher ist das alles am 24. passiert. Und da ist es auch schon mal so zum Fauxpas gekommen, dass dann die Lampen eben nicht funktioniert haben am 24. morgens. Und dann ging aber das Gerenne los. Das kann ich dir sagen. Dann noch schnell irgendwo so eine Lichterkette kriegen. Und dann passt die nicht zu den alten. Dann hat man eine so eine kühl leuchtende Lichterkette im Weihnachtsbaum. Wir hatten die so verkabelt. Eine warme. Das mussten schon die gleichen sein. Ja, diese Ketten. Genau, aber die konntest du ja nicht kombinieren. Ach, ihr habt so welche, die man aneinanderstecken kann. Die man so verlängert. Ach, du sprichst von der Glühbirne, die man austauscht. Und deswegen sieht die anders aus. Ne, nicht. Du kannst ja eine Lichterkette, die haben ja unterschiedliche Farben, die Lichterketten. Du kannst ja eine Lichterkette warmweiß kaufen und eine Lichterkette kühlweiß. Okay, aber wir hatten eine Lichterkette. Ja. Und wenn die kaputt war, gab es eine komplett neue Lichterkette. Ihr habt nur eine Lichterkette im Bauch? Ja, klar. Das ist super wenig. Also bei uns im Weihnachtsbaum so drei oder vier Lichterketten. Der Leute, das ist quasi eine einzige Glühkugel. Die Handynummer meiner Mutter raus, dann kannst du dir das jetzt auch mal persönlich sagen. Keine Lichter, das ist wirklich, ja gut, vielleicht gibt es eine sehr, sehr lange Lichterkette. Wahrscheinlich schon. Aber deswegen, das Phänomen, dass es dann anders aussah, gab es nicht, weil entweder war sie komplett kaputt oder gar nicht. Ich stelle mir gerade so einen Baum vor, der nur so eine Seite so ein paar Lichter hat und der Rest ist einfach unbeleuchtet, weil die Lichterkette so kurz sind. Ja, okay, man muss sagen, der stand auch immer in der Ecke. Das heißt, man brauchte nur von vorne. Ja, man muss immer nur vorne, ja, das ist bei uns auch, da ist auch nur die Vorderseite beschmückt. Der war immer schon sehr prächtig. Mir ist nicht aufgefallen, dass das zu wenige Lichter waren, auf jeden Fall. Also, was bei uns so läuft, wie auch bei den Blocksbergs, ist, dass das Baumaufstellen Männersache ist. Also, da macht das Bernhard und das macht auch mein Vater bei uns zu Hause. Ja, klar, also, da braucht man ja auch ein bisschen Kraft und Zäger. Ja, aber manchmal muss man dem auch ein bisschen helfen. Aber Bernhard lässt sich ja gar nicht helfen, so kommt das ja überhaupt erstmal zu dem Dilemma. Ja, das stimmt. Was ich auch ganz schön finde, ist, wo wir jetzt gerade beim Weihnachtsbaum aufstellen und schmücken sind, ist, dass Pichler scheinbar traditionell mit seinem Neffen zusammen den Baum schmückt. Und jetzt kam bei mir so eine kurze Frage auf oder so ein kurzes Stirnrunzeln. Ich habe das richtig verstanden. Ich frage dich jetzt auch nochmal als Experten. Der Neffe von Pichler heißt Paulchen. Pichler heißt auch Paul mit Vornamen. Das heißt, der Neffe heißt Paulchen und der Onkel heißt Paul, auch Palle genannt. Die Pichlers sind nicht die kreativsten, sagen wir es jetzt mal so. Ich meine, der Paul hat ja auch noch zwei Brüder, Pille und Pulle. Pille, Palle und Pulle. Das sind viele P-Laute im Mikro übrigens. Oh, das ist nicht gut, aber hoffentlich hilft der Popschutz ein bisschen. Ja, geht. Auf jeden Fall sind das ja auch die, die Bibi mal entführt haben. Das heißt, das Kind muss ja anscheinend ein Sohn von einem der Entführer sein. Ja, richtig. Der hat ja nur die zwei Brüder. Richtig. Nee, das sind aber die Cousins. Das sind nicht die Brüder. Oder? Oh Gott, jetzt sind wir aber ein bisschen… Das sind schon Brüder. Das sind drei Brüder und die heißen alle gleich. Nichtsdestotrotz bekommt Paul dann immer Besuch von seinem Neffen Paulchen und die beiden sind natürlich auch betroffen von dem großen Fauxpas. Ja, ich möchte das nochmal kurz ins Gewissen oder ins Gedächtnis rufen. Alle Weihnachtsbäume haben eine Treppe. So, jetzt verspricht Bibi aus irgendwelchen Gründen Paul Pichler ihren Hexig zuerst wieder gerade, Herr Pichler. Und das ist auch eine glatte Lüge. Macht sie nicht. Das passiert einfach nicht. Zuerst hext sie ihren eigenen wieder gerade in der Folge und dann erst mal den am Rathaus und alle, die da so in der Umgebung sind. Und dann geht es so ein bisschen ins Umland. Aber warum lügt sie Pichler immer an? Und es ist nicht die einzige Lüge, möchte ich vorwegnehmen. Okay. Sag erst du. Ja, mich wundert das, weil das ja eigentlich gar nicht zu Bibi passt, weil eigentlich steht Bibi ja schon immer zu ihrem Wort. Aber da wird ja auch gar kein Wort mehr darüber verloren. Also sie könnte ja auch sagen, ach nein, wir können jetzt nicht unseren zuerst, weil ich wollte doch hier von Herrn Pichler den zuerst zurückhexen. Aber das fällt ja auch gar nicht. Also dann hätte ja sein können, dass Barbara sagt so, ja, pass auf, wir machen jetzt erst mal den als Testlauf und dann kannst du Pichlers zurückhexen. Nee, ist nicht so. Und sie hat Pichler nicht nur einmal in dieser Folge angelogen, denn auch am Anfang, wir erinnern uns an die Szene auf dem Rathausplatz, wo der Pichler versucht, diesen riesigen Weihnachtsbaum aufzustellen und es nicht hinbekommt. Und da hext Barbara Pichler die Kraft, beziehungsweise Barbara hext eigentlich den Baum gerade in den Ständer, nehme ich jetzt mal an. Das ist voll nett, das auch. Genau. Und dann tut Bibi so, als wenn sie das gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber der Pichler guckt dann und fragt oder sagt dann, ach hallo Bibi. Und dann, ah, hallo. Und dann, danke Bibi. Und Bibi sagt, ja, gern geschehen. Dabei war sie es gar nicht. Ja, vielleicht hat er dann auch so, aber er sagt ja wirklich, danke Bibi, ne? Ja. Ich dachte, vielleicht hätte er so zu den Blocksbacks insgesamt mal so rübergewunken. Hätte ich mal gern den Blick gesehen von Barbara, wie sie ihre Tochter anguckt und sagt so, ähm, sorry, das war ich. Ja, das stimmt. Also Bibi ist so ein bisschen am Lügen in dieser Folge, gerade im Zusammenhang mit unserem Paule Pichler. Wo wir jetzt gerade beim Thema Weihnachtsbäume sind. Die Hexerei von Bibi, die mündet ja daran, dass diese besagten Stufen im Baum sind. Und Carla Kolumna fällt ja erst nicht ein, woher sie jetzt irgendwie diese Art von Weihnachtsbaum kennt. Aber kommt ja dann im Laufe der Folge darauf, ha, dass es von Eddie, ähm, ja, dass sie es bei Eddie schon mal gesehen hat. Denn Eddie, der nicht ganz so erfolgreiche Erfinder von Neustadt, hat vor Jahren scheinbar schon mal einen Weihnachtsbaum erfunden, der so einklappbare Äste hat mit Scharnieren, wo man dann auch wohl hochlaufen kann und den man auch so einklappen kann für den Transport. Jetzt frage ich mich so ein bisschen oder mir ist so, ja, das Unverständnis gekommen, wo genau liegt jetzt der Vorteil in so einem Baum? Weil, wenn ich jetzt nur einklappbare Äste habe mit Scharnieren, also dass ich die quasi hochklappen kann, dann ist der ja sehr kompakt und gerade der Baum, gut für den Autotransport. Da gibt es aber ja schon so Weihnachtsbaumnetze. Ja, aber der erste Vorteil ist ja trotzdem diese Kompaktheit, den hast du ja selber genannt. Ja, aber mit so einem Weihnachtsbaumnetz drücke ich die Äste doch auch hoch, so dass ich so einen kompakten Baum habe. Okay, ich habe gedacht oder mir das so vorgestellt, dass es dann wirklich so die Größe eines Koffers vielleicht erreicht, weil es so nicht nur an den Seiten, sondern auch oben kompakt quasi ist. Also, dass du quasi den oberen, den Stamm auch nochmal durchsägst und dann mit so einem Scharnier umklappbar machst. Dass du quasi jede Treppe wieder mit einklappst. Ihr müsst wissen übrigens, wir machen gerade sehr interessante Klappebewegungen mit unseren Händen. Dass du quasi die Treppe umklappst und dann klappst du die nächste um und dann klappst du es ja immer weiter um, bis du quasi nachher so einen Koffer hast. Ja, aber dann hast du was dann mit den Ästen dann, die seitlich weggehen. Ja gut, das ist nochmal eine generelle Frage, was das mit den Ästen alles ist. Ja, okay, ich habe mir das eigentlich, ich habe mir das so vorgestellt, dass einfach quasi jeder Ast einmal abgesägt wird, mit einem Scharnier befestigt, dass der Ast quasi normal steht und dass der aber ganz anlegbar an den Stamm ist. Das müssen aber dann wirklich sehr wenig beastete Bäume sein, oder? Ja, richtig, weil die sperren sich ja gegenseitig aus, also die sind sich ja dann gegenseitig im Weg. Und jetzt nur für den Transport gedacht, ist ja so ein Netz schon eine kluge Erfindung gewesen, weil das ja, die Äste sind ja schon auch ein bisschen beweglich, dass die Äste ja schon zusammenhält und auch noch den zusätzlichen Vorteil hat, dass das nicht so viel nadelt, weil dieses Netz ja auch die Nadeln so ein bisschen beisammen hält. Das hat Eddys Erfindung jetzt nicht unbedingt. Ja, ich habe mit diesen Treppen im Stamm, wie du gerade auch schon gemerkt hast, auch generell meine Probleme. Also ich konnte mir das auch ganz schwer vorstellen, wie Bernhard gerettet wird durch den Hexspruch, weil es entstehen ja Treppen im Stamm, aber die sind dann so in der Höhe, dass Bernhard da direkt drauf runterlaufen kann. Und dann habe ich mir mal das Cover angeguckt und das hat mich auch wirklich noch ratloser zurückgelassen. Das ist wirklich auch so ein Baum, der kaum Äste hat und ganz dünn ist und dann so ganz kleine Treppen drin hat. Also das ist ganz komisch. Für mich stellt sich jetzt auch noch das physikalische Problem, dass der Baum ja auch nur in so einem kleinen Ständer ist. Und jeder, der schon mal mitgeholfen hat, so einen Weihnachtsbaum aufzustellen, weiß, dass das eine super wackelige Angelegenheit ist, dass der Weihnachtsbaum muss irgendwie gut austariert sein, dass der überhaupt stehen bleibt, dass der nicht umkippt. Ich weiß nicht, wie viele tausende Weihnachtsbäume zu Weihnachten oder auch am Tag davor, wenn sie aufgestellt werden, umkippen, weil die irgendwie so ein bisschen Schlagseite haben. Weil der Ständer ist ja nicht so, der ist ja meistens klein und unauffällig. Aber deswegen macht man die ja an der Wand nochmal fest, damit das nicht passiert, oder? Macht ihr den zu Hause auch an der Wand fest? Das hatte Bernhard ja auch vor. Wir nicht, aber ich glaube, bei uns ist das auch noch passiert. Bernhard wollte so eine Schnur. Ich dachte mir halt auch so, wie bescheuert sie das denn aus? Ja, aber so eine Angelschnur siehst du doch nicht. Ja, okay, eine Angelschnur. Aber das war eher nach Bindfaden, hört sich das an. Ja, der ist ja auch unauffällig. Das sieht man nicht. Ja, okay. Aber es war ja eher, um den zu begradigen, nicht um den zu halten. Aber um das Problem jetzt abzuschließen, ist, dass ich mir halt auch Sorgen mache, dass wenn man da halt dann draufsteigt mit seinem Körpergewicht, dass der Baum dann auch direkt umfällt. Ja, klar. Machen wir uns nichts vor. Machen wir uns nichts vor. Im Stamm ist wirklich eine dumme Idee, nicht nur von Eddie, sondern auch von diesem Hexspruch, ehrlich gesagt. Ja, bei Eddies Erfindung fand ich halt auch bezeichnend und ich fand es auch ein bisschen, ja, ein bisschen gemein auch, dass der Erzähler dann auch sagte, dass Carla damals keinen Artikel geschrieben hat, weil sie davon ausgegangen ist, dass die Leute dann lachen würden. Aber das ist auch keine kluge Idee. Also man könnte lieber so über nachhaltige Weihnachtsbäume ein bisschen nachdenken, die man jedes Jahr wieder neu aufstellt. Aber damit hat er ja jetzt keinen Mehrwert erzeugt, sondern ja eher nur mehr Arbeitsaufwand. Und ich finde, der Nutzen ist wirklich fraglich. Ja, der Nutzen ist wirklich fraglich. Bevor wir weiter über Eddie sprechen, möchte ich ganz kurz einen Einspieler bemühen. Okay. Der Charakter der Folge. Und das ist jetzt wenig überraschend für mich Eddie Edison. Bevor ich aber zu den Vorzügen komme, möchte ich erstmal noch bei dir mit einstimmen und ein paar, ja, eher fragliche Dinge aufzählen, die Eddie betreffen. Ob er jetzt wirklich ein echter Erfinder ist, müssen wir wirklich nochmal besprechen. Ich möchte nochmal aufzählen, was er in dieser Folge alles anbietet. Also einmal Kakao aus Sonnenblumenkern. Ist das dann noch Kakao? Lassen wir mal so stehen. Ich habe geschrieben, ist dann ja kein Kakao, sonst wären ja Kakaobohnen drin. Also es ist absolut erstmal kein Kakao. Es kann auch nicht schmecken, außer, weiß nicht, mit drei Kilo Zucker noch dazu. Ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Schon mal eine fragliche, in Anführungsstrichen, Erfindung. Dann ein Zeitungsständer für den Frühstückstisch. Es ist ja wohl super umständlich. Ich stelle dir mal vor, wir würden an diesem Tisch frühstücken. Wir haben jetzt hier gerade zwei Laptops und die Mikros stehen. Aber jetzt wäre hier noch so Frühstückstuff. Und ersetzen wir unsere Laptops durch einen Zeitungsständer. Und so groß muss er ja ungefähr sein. Weil du musst ja die Zeitung, die ist ja auch relativ hoch, da einhaken. Da würden wir uns nicht mehr sehen auf jeden Fall. Genau, das auch. Und du müsstest die da einhaken können. Und in drei Minuten jede Seite durchhaben. Ist das das Intervall? Nach drei Minuten klappt sich die Zeitung immer um auf die nächste Seite. Das heißt, du bist mitten im Artikel und brrrr, bam. Und dann ist es so, scheiße, scheiße, scheiße. Schneller lesen, schneller lesen, schneller lesen. Und ich habe mich dabei gefragt, so ein echter Erfinder, ne? Der wird vielleicht an sowas arbeiten wie so einem iPad oder so. An was Kreativem halt. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Der würde daran arbeiten oder daran arbeiten, das zu erfinden? Genau, der wird das quasi erforschen. So wie es jetzt auch ja passiert ist in den letzten Jahren. Darauf will ich eigentlich anspielen. Die echten Erfinder, die kümmern sich halt um neue Sachen. Und Eddie hat eigentlich immer nur versucht oder versucht es, Sachen, die es schon gibt, irgendwie vermeintlich besser zu machen. Ich sage mal so, eine Schneekanone ist jetzt auch nichts Neues. Ja, aber vielleicht, das Prinzip scheint ja mobile Schneekanone zu sein. Da muss ich wirklich sagen, das ist mal eine Erfindung. Aber ich denke jetzt auch mal an das Wettfliegen zurück. Das ist da, also das ist auch keine sinnvolle Erfindung gewesen, dieses Fliege-Fahrrad. Nee, er müsste einfach mal wirklich, also kreativ sein und überlegen, okay, was brauchen die Leute denn in Zukunft? Brauchen die in Zukunft einen Zeitungsständer? Oder brauchen die in Zukunft vielleicht so ein Gerät, so ein Reader, den man auf den Tisch legt? Aber jetzt hier möchte ich nochmal sagen, in Zukunft brauchen die Leute eine Schneekanone. Weil es schneit ja weniger. Ja, stimmt. Das ist vielleicht richtig. Eddie, ich will den ja auch nicht ganz fertig machen, weil es ist ja auch mein Charakter der Folge. Und da ist die Schneekanone ja auch das richtige Argument. Ohne diese Schneekanone gäbe es keine Lösung für unser Problem. Da muss ich dir leider widersprechen, aber sprich ruhig zu Ende. Oh nein, okay, ich habe es trotzdem vorbereitet. Ich bringe es zu Ende. Denn wenn wir diese Schneekanone nicht gehabt hätten, wie hätten sie denn Schnee machen sollen? Also Wetterhexen, wissen wir, ist verboten. Und so kann man dieses Verbot ja umgehen. Das heißt, es braucht Eddie in dieser Folge, damit alle wieder ihre vernünftigen und ordentlichen Weihnachtsbäume bekommen. Weil mit so Treppen im Weihnachtsbaum, Britta, da könnten wir nun wirklich kein Weihnachten feiern. Nein, das wäre ausgeschlossen. Das wäre ein ausgesprochen trauriges Weihnachtsfest. Ich würde wirklich, ich würde es hassen. Nein, aber ich möchte dir widersprechen. Und das schwebt die ganze Zeit eigentlich, dieser Gedanke schwebt die ganze Zeit, während ich die Folge höre, in meinem Kopf herum. Warum zum Teufel guckt nicht ein einziges Mal irgendwer in den Wetterbericht? Es ist kalt. Komm, es ist kalt. Und es ist re, es muss ja Schnee vorhergesagt sein. Also es ist ja super selten, dass es auf einmal aus wirklich heiterem Himmel schneit. Da müssten die sehen, scheiße, wir haben keinen Schnee. So ein Mist. Aber, ah ja, heute Abend soll es schneiden. Wunderbar. Perfekt. Dann müssen wir das heute Abend erst sprechen. Es ist ja nicht so, als wäre zu wenig Zeit. Danke für den Applaus. Wirklich grandios. Es schneit doch am Abend noch und es schneit so viel, dass weiße Weihnachten sind. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Du hast absolut recht. Ja, und vielleicht sind alle überrascht. Oh ja, hast du die Schneekanonen noch an? Nee. Ach, es schneit ja von oben. Das ist ja doof. Da hätten wir den ganzen Aufwand ja gar nicht machen müssen. Stimmt. Da hätten die Blocksberg sich einmal am Balkon stellen müssen, ihren Spruch Hexen sprechen müssen. Stimmt, es war klar, man braucht Schnee. Ja. Und es gibt Schnee abends. Ja, und es gibt abends Schnee. Und das weiß man meistens ja auch schon ein paar Stunden im Voraus. In der Regel weiß, ist das angekündigt, Schnee. Schnee oder Schnee, Regen, also Niederschlag ist ja angekündigt. Vor allen Dingen in so einer kurzen Zeit. Jetzt wissen wir aber aus der Bibi Blocksberg-Folge, der Wetterfrosch, dass der Meteorologe in Neustadt sich allein auf einen Frosch verlässt. Also vielleicht kann man den Wetterfrohersagen in Neustadt auch nicht so ganz trauen. Und deswegen haben die Leute sich gedacht, ach komm, also vielleicht ist der Frosch da wieder irgendwie von der Leiter gefallen. Wir kümmern uns lieber selber drum. Okay. Ja, okay, vielleicht ist das der Grund. Das lasse ich durchgehen. Puh, da habe ich mich ja gerade noch gerettet. Britta, Eddie, wollte ich noch kurz nochmal erwähnen. Eine weitere Erfindung ist, Inline-Skates mit besseren Bremsen auszustatten. Das macht doch auch kein Erfinder. Das macht irgendwie, also. Ja, ich dachte auch, Inliner haben ja Bremsen. Ja. Also hinten. Genau. Was hat ja jetzt so eine hydraulische Bremse irgendwie eingearbeitet, dass sie Rollen blockieren. Das wäre ja fatal. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Und Inline-Skates gibt es vor allem schon seit 1978 in Deutschland. So, und die Folge spielt 1998. Und wenn man 20 Jahre später immer noch, also nach der Einführung des Produkts in den Markt, auf den Markt, immer noch damit beschäftigt ist, sich an Bremsen zu versuchen. Dann ist der Zug vielleicht abgefahren. Ja, ich überlege gerade, ob wir jetzt bei den Inlinern bleiben, weil ich mich halt auch frage, sind Inliner wirklich so gefährlich? Also weißt du, da wird ja eine riesen Beheiderung gemacht, dass den Blocksbergs die Inliner viel zu gefährlich sind. Aber sie lassen Bibi auf einem nicht wirklich flugtauglichen Erfinderfahrrad über Neustadt fliegen. Also irgendwie ist da für mich ein bisschen die Relation, weiß ich nicht, kaputt gegangen. Ja, dann lass uns doch kurz über die Inline-Skates sprechen. Da brennt mir auch ein bisschen was auf der Seele. Die Inline-Skates wünscht sich Bibi wirklich von Herzen zu Weihnachten. Ja, das ist häufig Thema auch in der Folge. Es kommt immer wieder auf. Und dieser Wunsch wird von den Eltern abgeschmettert wie nichts. Also wirklich, ich würde als Kind jegliche Hoffnung aufgeben, überhaupt ein Geschenk zu bekommen, wenn meine Eltern da so drauf reagieren würden. Bernhard, klar, macht natürlich auch wieder ein paar Fehler, bezeichnet sie als neumodisch. Wie gesagt, 1978 in Deutschland auf den Markt gekommen. Ich weiß nicht so recht, was hätten denn Bernhard und Barbara ihrer Tochter geschenkt, wenn diese am 23. Dezember nicht darauf gekommen wäre, dass Eddie Edison gerade an Inline-Skates rumdokt dort. Weil, zur Vorstelllichkeit halber, sie schenken ihrer Tochter dann ja die Schoner, auch witzigerweise kein Helm, sondern nur Schoner, damit sie dann die Inline-Skates von Eddie benutzen kann. Aber glaubst du, dass die schon quasi vorher mit Eddie diesen Deal hatten? Nee, ich glaub nicht. Ich habe das eher mir so erschlossen, dass Bibi sowieso nur die Schoner zu Weihnachten gekriegt hätte. Das ist ja noch schlimmer. Und dann die Inline-Skates vielleicht später, zum Geburtstag. Und dass jetzt aber da Eddie ja mit teilnimmt an dem Heiligen Abend, das war ja auch bis dato überhaupt gar nicht bekannt. Also Barbara ist ja nochmal in die Stadt gefahren, glaube ich, um noch so Weihnachtseinkäufe oder sowas zu machen. Vielleicht hat sie da auch die Schoner gekauft. Da wusste sie ja noch gar nicht, dass Eddie mitfeiert. Und ich glaube, dann war das eher ein glücklicher Zufall. Ja, aber... Aber stimmt, aber du hast recht, warum schenken die Schoner, wenn es nur für sie okay ist, dass Bibi mit diesen neumodischen Bremsen Inline-Skates fährt? Ja, genau. Und diese Bremsen werden entwickelt von einem Erfinder, der jetzt wirklich nicht dafür bekannt ist, die tollsten Erfindungen und die vielleicht auch sichersten Erfindungen herzustellen. Also Bibi wird quasi Testobjekt dieses Erfinders, wobei das eigentliche Argument der Eltern ist, dass es zu gefährlich ist, damit zu fahren. Aber so als Testobjekt für Eddie, ach, das ist dann okay. Also es ist voller Ungereimtheiten für mich. Weil ich jetzt gerade auch gedacht habe, vielleicht ist dieses, das ist zu gefährlich, auch vorgeschoben. Aber das sagen sie ja am Weihnachtsabend noch. Aber ich dachte, ob das vielleicht vorgeschoben ist, dass mit Bibi weiß, okay, ich kriege keine Skates. Ja, also ich frage mich, ob es überhaupt ein Weihnachtsgeschenk für Bibi gegeben hätte. Weil nur so Schoner zu verschenken, das ist doch auch, das ist ja Quälerei. Ja, aber insgesamt finde ich sind... Ich schenke dir zu Weihnachten, du wünschst dir ein Fahrrad, ich schenke dir eine Kette. Oder ein Held. Ja. Ja. Das ist ja, da zerplatzen ja Kinderträume. Ja, aber vielleicht mit der Aussicht, dass man dir ein Ball geschenkt kriegt. Ja, super. Da kann ich mir, also den Heiligabend will ich dann aber nicht erleben. Ach ja, cool, dann kann ich ja jetzt einen Heiligabend mit den Schonern spielen. Ja. Klasse. Das ist schwierig. Naja, aber wo wir jetzt gerade, wo wir gerade bei den Geschenken sind. Ich finde sowieso, dass insgesamt sich die Blogswelt relativ spät erst um die Geschenke kümmern. Also Bibi macht am 23. das Geschenk für Barbara, ist fertig. Da muss sie, sie höchstpersönlich daran erinnern. Auch mit sehr viel Nachdruck. Ja, genau. Obwohl, das ist ein ganz schönes Geschenk, das ist so selbst gebastelter Kalender. Da kann man noch was mit anfangen. Bernhard kriegt diesen Umblätterer-Geschenk. Da würde ich schon so sagen, ist das so ein sinnvolles Geschenk. Kala bekommt den Schal. Von wem eigentlich? Von den Blocksbergs? Oder von Eddie und den Blocksbergs? Ah, gute Frage. Da muss ich sagen, das finde ich ist das einzige Geschenk, was so für mich jetzt auf den ersten Blick so wirklich einen Nutzen hat. Hä? Eddie bekommt den T für Kreativität. Findest du den? Den wollte ich gerade als nicht so sinnvolles Geschenk einordnen. Da möchte ich dich an fünf Minuten vorher erinnern unseres Gesprächs. Also wenn Eddie irgendwas nötig hat, dann Kreativität. Ja, aber du glaubst auch nicht, dass so ein Tee helfen kann. Ich erinnere dich an die Tee-Diskussion. Da steht dann drauf, Erfindergeist auf dem Tee. Der wurde dann gekauft, weil der so einen tollen Namen hat. Erfindergeist. Da hängt ich so, ach, klasse. Den nehmen wir mal für Eddie mit und dann kauft man den und dann ist das irgendwie so eine Hagebutten-Mischung. Und dann schenkt man den und sagt, ja, gute Erfindung, weil das ist der Tee-Erfindergeist. Und man hat irgendwann mal gehört, dass eine Hagebutte irgendwie eine Gehirnzelle mal anregen kann oder so. Aber das ist ja Quatsch. Ja, also ich hoffe mal einfach für Eddie, dass dieser Tee im Hexenlabor hergestellt wurde. Dass da vielleicht so ein bisschen Doping betrieben wird. Wann denn? Zu welcher Zeit denn noch? Als klar war irgendwie am 24. Abends, okay, Eddie kommt noch. Ja. Scheiße, Eddie kommt noch. Der wurde schnell noch hier in den Supermarkt gesprungen und sagt, komm, wir kaufen dir noch so einen Erfindergeist-Tee. Deine Theorie? Nicht meine Theorie, bin ich mir sicher. Okay. Ja, dann ist es wirklich kein gutes Geschenk. Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass der noch selbst hergestellt wurde, weil so ein Tee für 89 Cent aus dem Jahrregal ist jetzt auch nicht unbedingt das tollste Weihnachtsgeschenk. Allein vom Wert her. Nein, aber du vertust dich. Die Tees, die so einen Keckennamen haben, das sind in der Regel Qualitäts- und Markentees. Ja, da zahlt man für den Namen mit. Ich möchte aber zu den Geschenken nochmal ein bisschen zusammenfassend sagen, was ich gut finde und was mir gefällt, ist, es wird nicht so eine Geschenkeschlacht. Also man sitzt zusammen bei den Blocksbergs abends und jeder kriegt ein Geschenk und freut sich darüber, obwohl das jetzt nicht das ultimativste Geschenk aller Zeiten ist, aber man freut sich irgendwie. Und das gefällt mir, weil es relativ bescheiden wirkt, finde ich. Wobei ja Bibi kriegt die Skates, aber verstehst du, wie ich das meine? Ja, ja. Sie bekommt jetzt nicht noch zehn Kassetten. Ja, genau. Was auch wieder witzig wäre. Ach, noch drei Benjamin Blümchen-Kassetten. Das wäre richtig witzig. Wir empfehlen allen, die zuhören, die auch nochmal zu kaufen. Genau. So ein bisschen Werbung gab es ja auch schon mal. Aber ich weiß, was du meinst. Genau. Das ist wirklich sehr entspannt und relaxed. Genau. Und es wird auch nicht so super viel Geld ausgegeben. Und jetzt möchte ich nochmal kurz zu dem Thema, und das ist eine wahnsinnig gute Überleitung, die ich mir gerade geschaffen habe, zum Thema Weihnachtsbäume zurückkommen. Denn wo wir gerade beim Thema Geld sind, ich wollte mit dir über den Weihnachtsbaum-Index sprechen. Ja. Nämlich, ich hatte die Woche ein Gespräch mit einer Freundin, die sich zum ersten Mal für ihre Wohnung und ihre kleine Familie einen Weihnachtsbaum kaufen wollte. Und Frey sagte dann, Britta, ich weiß überhaupt gar nicht, was so Weihnachtsbäume kosten. Und ich fand das ganz schön teuer. Die waren nämlich am Weihnachtsbaum-Stand und der laufende Meter Weihnachtsbaum, so wird das scheinbar gerechnet, nicht pro Baum, sondern pro Meter, sind 19 Euro gewesen. Das heißt, wenn du so einen 2-Meter-Baum, was glaube ich so ein Standard ist, kostet 40 Euro. Nee, 38. 38. 38 Euro. Gerundet. Nee, aber gibt es denn auch dann Meter? Es gibt auch so winzige Weihnachtsbäume. Also zum Beispiel mein Opa hatte früher immer so einen winzig kleinen Weihnachtsbaum, weil der nicht so pflegebedürftig ist und man den Jahrhörern alleine, wenn man alt ist, schon gut aufstehen kann. Meine Großeltern auch und noch clevererweise aus Plastik natürlich, dann ist der nämlich noch weniger pflegebedürftig. Ja, dann kannst du ihn auch wieder einfach in den Keller stellen, ne? Ja, und geschmückt so, wie er ist, einfach in den Keller. Ja, aber was hättest du denn jetzt aus dem Bauch heraus? Jetzt habe ich natürlich schon einen Betrag vorgegeben, aber was hättest du denn gesagt, was so ein Baum kostet? Weil ich muss auch gestehen, ich habe auch bisher nie selber einen Weihnachtsbaum gekauft, sondern ich bin immer irgendwo hin, wo Weihnachtsbäume standen. Ja, ich kann da zum Glück aus Erfahrung sprechen. Ah, ist bei dir Männersache, der Weihnachtsbaumkauf? Bei uns natürlich Männersache. Und deswegen habe ich natürlich zusammen mit meinem Vater den Baum besorgt. Und jetzt muss man dazu sagen, wir kommen… Wo kommt ihr her? Vom Dorf. Vom Dorf. Das heißt, man fährt zum Bauern. Nein. Und kauft da einen Baum und… So richtig zum Bauern? Ja. Hä? Der hat dann da sein, die gepflanzt irgendwann mal. Ehrlich? Und dann kannst du den selbst schlagen. Krass. Ja. Und dann wurde immer unterschieden in Nordmantanne und… Blaufichte gibt es noch. Fichte, ne? Blaufichte meine ich. Nordmantanne war immer teurer, Fichte war immer günstiger. Ich glaube, die nadelt weniger. Ja, es gibt da so, und die riechen dann unterschiedlich. Das ist, glaube ich, auch eine Wissenschaft für sich. Ja, da bin ich jetzt auch nicht so tief im Game drin. Aber da hat man, glaube ich, so… Boah, lass mich nicht lügen. Ist ja auch schon ewig her. So zwischen 15 und 25 Euro bezahlt für seinen Baum. Ja, denkst du, das ist nochmal so ein Stadt- und Landpreis? Also, glaube ich schon. Weil bei uns, bei uns, wurde das, glaube ich, nicht gemacht, damit die sich da die Taschen voll machen. Sondern es war einfach so… Nett? Ja, das war so eine nette Sache. Gab es da auch so ein Gerät, wo man den Baum dann so durchschieben konnte, um das Netz da drumherum zu machen? Ja, so ein Rohr. Ja, so ein Rohr. Ja. Ja, das gab es auch. Also, es gibt… Du kannst auch zum Supermarkt fahren und dir da einkaufen. Aber wir sind halt immer dann zu so Bauern gefahren, die da für berühmt und berüchtigt waren, dass die halt Weihnachtsbäume verkaufen. Und dann klingelst du da und dann kommt da jemand raus. Krass. Und man kannte sich auch? Ja, klar. Also, haben die dann gesagt, hi, Benni, da gibt es wieder einen Baum. Ja, genau. Und dann awkward silence. Hast du so eine Axt noch mit dabei gehabt, mit der Axt geklingelt? Ja, eine Säge. Aber… Okay. Ja, so lief das. Und es war nicht so super teuer. Ich könnte mir aber vorstellen, dass, wenn du die im Supermarkt kaufst, dass sie dann deutlich teurer sind. Ja, man müsste ja auch generell mal darüber nachdenken, ob so ein Baum, ob das so perspektivisch die richtige Variante ist. Oder ob man nicht dann so einen Topf kauft, den man zurückpflanzen kann. Oder irgendwie eine Mehrjahresvariante. Das ist natürlich immer noch ein bisschen passender. Ist schon eine sehr, sehr lange Tradition, ne? Ja, aber man muss auch manchmal Traditionen verändern, ne? Das stimmt. Aber mich würde echt interessieren, ob sich das so regional unterscheidet. Also, ob jetzt… Der Weihnachtsbaumindex. Ja, ob jetzt in Köln ein Weihnachtsbaum teurer ist als in Paderborn oder Siegburg. Ich glaube, dass hier in Köln die Preise gesalzener sind als woanders. Ja, oder in Dresden oder in Nürnberg. Wir können ja mal, wir können ja da mal eine Umfrage starten. Also, ich würde einfach jetzt dazu aufrufen, liebe NeustädterInnen, schreibt uns doch mal, wie teuer bei euch so ein klassischer Weihnachtsbaum ist. Gerne Nordmantanne und Fichte. Genau, wir unterteilen das bitte noch in Nordmantanne und Fichte. Schreibt es einfach in die Kommentare. Also, es würde mich wirklich interessieren, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass hier, also hier in Köln ist ja alles teuer. Vielleicht ist es auch regional unterschiedlich, weil es hier weniger Wälder gibt, wo man die abholzen kann. Ja, ja, klar, wahrscheinlich. Die kommen dann aus dem Sauerland oder so. Genau. Und das ist schon auch ein trauriges Bild, ne? Wenn man durchs Sauerland fährt und dann sind da so Weihnachtsbaumplantagen, das sieht halt auch nicht gut aus. Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, auch nicht gut. Für die Nature meinst du? Ja. Okay, also wir starten den Aufruf zum Thema Preise der Weihnachtsbäume und vielleicht manövrieren wir uns jetzt mal aus den Tiefen des Weihnachtsbaum-Genres wieder heraus. Ich, ähm, wollte noch was. Wolltest du noch was zum Weihnachtsbaum sagen? Und alle denken sich so, oh. Schon wieder. Nein, ich wollte noch was zu den Geschenken sagen. Ah ja. Da hast du nämlich deine ganz tolle, wirklich, also Britta, auch nochmal Respekt von mir, die Überleitung zu den Weihnachtsbäumen zurück. Grandios. Da wollte ich nämlich noch eigentlich nochmal kurz dableiben. Und zwar ist das was, wo uns viele NeustädterInnen auch darauf hingewiesen haben und das müssen wir nochmal kurz ansprechen. In dieser Folge sind die Weihnachtsmänner aus der anderen Bibi Blocksberg-Weihnachtsfolge komplett obsolet. Die gibt es einfach nicht mehr. Stimmt. Niemand erinnert sich mehr daran. Also in der Folge Bibi und die Weihnachtsmänner weiß Bibi, dass es Weihnachtsmänner gibt und dass das unterschiedliche Nationalitäten sind, dass die auch die Geschenke bringen, zumindest zum Teil. Und in dieser Folge ist es absolut irrelevant, dass es Weihnachtsmänner gibt. Stimmt. Sie fragt ja auch die ganze Zeit ihre Eltern nach den Inlineskates, ne? Sie müsste doch eigentlich wissen, dass Hugo vorbeikommt und die durch den Schornstein schmeißt. Da werde ich immer gleich so ein bisschen wehmütig, weil ich dann immer so vor Augen diese Weihnachtsmänner habe, die ich ja auch unglaublich sympathisch finde alle. Ja, die machen halt auch einen guten Job, aber anscheinend sind die in diesem Jahr oder dieses Weihnachtsfest nicht mehr so interessant. Gar nicht. Diese Spiele werden gar nicht erwähnt. Also gar nicht, gar nicht erwähnt. Und es wird auch für junge HörerInnen gar nicht mehr suggeriert, dass es vielleicht sowas wie ein Weihnachtsmann oder ein Christkind gibt, sondern es wird knallhart gesagt, ja alle beschenken sich gegenseitig. Also es ist gar nicht mehr so dieses, wenn du jetzt sechs Jahre alt bist und das hörst, dann glaubst du ja eventuell noch daran, dass das eine andere Person ist als deine Eltern, die dich beschenkt. Hier wird schon mal damit aufgeräumt, so nee, das kommt dir von Eddie und das Geschenk kommt von deinen Eltern. Ja, man wird da so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt. Ja. Was mich in dieser Folge auch ziemlich auf den Boden der Tatsachen geholt hat, ist, als das Weihnachtsfest bei den Blocksbergs nämlich dann beginnt und der Erzähler dann sagt dreimal, dürft ihr raten, wer auch noch da ist. Mhm. Ich mach mal eine kleine rhetorische Pause. Ja. Ich dachte natürlich direkt, ja klar, wer ist noch da? Wahrscheinlich Boris, hier Oma Grete, weiß ich nicht, die Tante aus München, Tante Luisa, so dachte ich. Nee, sondern nur Eddie und Carla. Also beim ersten Namen habe ich gerade eine kleine Gänsehaut bekommen. Ja, ich auch. Warum ist denn Boris bitte nicht da? Ja, warum darf Boris schon wieder nicht mit Weihnachten feiern? Durfte er letztes Jahr ja auch nicht. War das letztes Jahr überhaupt die Weihnachtsmann-Folge? Ja. Hat Boris letztes Jahr schon nicht mitgefeiert? Oder am Tag davor? Oder in einem Paralleluniversum? Oder? Es ist verrückt. Auf jeden Fall scheint der Sohn für die Eltern auch wirklich keine Rolle mehr zu spielen. Auf Weihnachten. Vielleicht hat er aber auch ein Geschenk zugeschickt bekommen. Vielleicht hat er dann wirklich auch den Fahrradhelm bekommen, weil er sich ein Fahrrad gewünscht hat. Ja, den Fahrradhelm kriegt. Und dann, wenn er Glück hat, kriegt er von seinen Großeltern auch noch was. Ja, oder vielleicht ist Boris auch wirklich so krank, dass wenn er einmal von der See wegkommt mit seinem schlimmen Husten. Kippt er direkt um. Ja, dass es vielleicht lebensbedrohlich wird. Kennst du? Boris hat bestimmt auch ein Geschenk geschickt. Kennst du diese Tassen? Mhm. Meine Freunde waren an der Nordsee und alles, was sie mir mitgebracht haben, ist dieser Scheißbecher. Nee, den kenne ich nicht. Echt nicht? Nee. Okay, schade. Das ist so ein Gag an der Nordsee oder da gibt es dann so Tassen und so Taschen. Mega cool. Ich finde es auch ein bisschen witzig. Okay. Das ist ein bisschen witzig, finde ich schon. Ja, okay. Vielleicht hat ja Boris dann so eine Tasse geschickt. Ja, das wäre schön. Mein Sohn ist an der Nordsee und alles, was er mitgebracht hat, ist diese Scheißtasse. Oder er hat ihnen einfach eine Tasse geschickt, wo ihr Name so eingraviert ist. Wie beim Zollstock, wo Benni draufsteht. Ja, und mit I miss you oder so. I miss you, genau. Ohne euch ist alles doof, so eine Tasse vielleicht. Und wo wir gerade noch bei Geschenken sind, Britta, ich habe dir auch noch was mitgebracht. Und zwar kein Geschenk, was ich dir jetzt schenke, sondern was wir bekommen haben. Oh, von wem? Und zwar hat uns die liebe Ene Mene Mai, gibt es auf Instagram, ist ein Kanal, hat uns ein Geschenk zugeschickt zu unserem Einjährigen. Oh, das ist ein schön pinker Umschlag ist das drin. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Aufmerksamkeit und ich möchte natürlich die Chance ergreifen, dass wir uns dafür bedanken. Ich zeige dir mal hier ein paar Postkarten, die da drin waren und schau mal, was dir da vielleicht auffällt. Oh, liebe Grüße vom Martinshof, gibt es hier eine Karte? Grüße aus Gersthof, Grüße aus dem Neustadt dazu, das sind ja alles Neustadtkarten. Und die sind alle selbst designt. Oh, das ist aber schön. Ganz fantastisch und ja, vielen, vielen lieben Dank für dieses Paket. Da sind auch noch ein, zwei andere Sachen bei. Ein Kniffelspiel, ein Hexenkniffelspiel zum Beispiel, Britta. Aha, cool, da können wir gleich noch eine Runde kniffeln, während wir hier deine Zimtsterne verdrücken. Wenn wir eine Runde kniffeln gleich noch. Boah, die sehen wirklich lecker aus, ich freue mich schon drauf. Also Ene Mene Mai, vielen lieben Dank. Folgt ihr auf Instagram, das ist wirklich eine ganz tolle Aufmerksamkeit. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über das Paket. Ich freue mich jetzt auch gerade sehr, ich sehe das jetzt gerade. Ja, ich zeige dir gleich nochmal den Rest, das wird zu lange dauern. Ja, das ist ja noch mehr, ich schiele gerade so rüber. Es gibt auch noch eine kleine Notiz, die darfst du dir dann auch noch durchlesen. Ach cool. Was mir jetzt gerade noch einfällt, weil wir ja vorhin schon über die Weihnachtsmann-Folge geredet haben, dass Carla ja, oder dass es ja für Carla noch viel schöner gewesen wäre, wenn sie auch das zweite Jahr Weihnachten mit ihrem François hätte feiern können. Vor allem, weil der anscheinend nichts mehr zu tun hat, denn die Weihnachtsmänner arbeiten ja nicht mehr, haben wir ja schon festgestellt gerade. Das heißt, er müsste ja eigentlich verfügbar sein. Ja, er ist ja der französische Weihnachtsmann, der in Frankreich die Pakete bringt und könnte jetzt durch seine Arbeitslosigkeit ja einfach Carla mit seinem Schlitten abholen und ja, mit ihr einen schönen rote Wein aufmachen. Ich glaube, das war der Plan auf jeden Fall vom letzten Jahr. Ja, aber Carla sitzt bei den Blocksbergs und bekommt ein Schal geschenkt. Ja, vor allen Dingen, das fällt mir jetzt auch gerade ein, sagt sie ja auch, dass sie Weihnachten dann immer so traurig zu Hause sitzen würde, aber letztes Jahr hatte sie doch voll das tolle Weihnachten. Ja, okay, das wissen wir jetzt nicht. Wir gehen davon aus, vielleicht war es ja auch ein miserables Date. Ja gut, aber dann, selbst dann wäre sie ja nicht alleine gewesen. Ja, oder nach zwei Minuten hat sie sich rausgestellt, oh Gott, was ist das denn für ein Typ und dann ist sie schnell abgedüst mit ihrem Helikopter. Das könnte natürlich passiert sein. Ja gut, okay, okay, das könnte sein. Aber ich hätte mir gewünscht, dass das nochmal aufgegriffen würde und Carla wirklich dann Weihnachten nochmal mit François hätte gefeiert. Ja, das wäre wirklich nur eine schöne Erinnerung an die Folge gewesen, ja, das stimmt. Und bevor dieser untergeht, denn ich glaube, wir sind uns einig, es kann diese Woche nur einen geben, möchte ich den jetzt auch nochmal nennen. Also der Auslöser dieser ganzen Problematik ist dieser Spruch, wozu es natürlich mehrere Fragen gibt. Wie kann das der erste Spruch sein, der Bibi einfällt in diesem Moment? Also so ein komplizierter Hexenspruch und sie kommt ausgerechnet auf diesen. Ja, vor allem das Abera Kadabra auch am Anfang. Genau, normalerweise immer Ene Mene und jetzt auf einmal Abera Kadabra. Keine Ahnung, wo das herkommt. Warum ist ihr kein Blitzhexspruch eingefallen? Flopp Stopp zum Beispiel. Ja, stimmt. Und ja, sie behauptet noch, sie hat aus Versehen so einen Spruch erwischt aus dem Buch. Ja, das finde ich höchstgradig fragwürdig. Und dann gibt es noch eine weitere Ungereimtheit, denn für diesen Rückhexspruch, den es dann ergibt in der Folge, braucht es Schnee. Also es muss Winter sein und es muss Schnee liegen. Aber warum braucht es das bei dem normalen Hexspruch denn nicht? Bei dem Hinhexspruch meinst du? Genau, also bei dem Hexspruch, der gesprochen wurde. Wieso hat der denn überhaupt funktioniert? Der ist ja für die gleiche Jahreszeit eigentlich. Das finde ich jetzt aber gar nicht so abwegig, zu sagen, okay, für den Hinhexspruch braucht man keinen Schnee, aber für den Rückhexspruch. Okay, man braucht keinen Schnee, um eine Treppe in den Baum zu hexen. Man braucht aber Schnee, um eine Treppe wieder rauszuhexen. Ja, das ist halt so. Da gibt es keine Logik. Das ist so. Also, die Hexengesetze sind nicht immer logisch. Mein Hexspruch der Folge, der bezieht sich auch ein bisschen auf den Spruch, den du jetzt gerade genannt hast. Allerdings ist das ausnahmsweise, und das ist das erste Mal in der Geschichte von Inside Neustadt, wo das vorkommt, ist mein Hexspruch der Folge kein Hexspruch, der in der Folge stattfindet. Ja, aber du darfst trotzdem den Einspieler einmal abspielen. Okay. Der Hexspruch der Folge. Abra, Kadabra, Mungo, Djungo, Wabra, Urovaldo, Liani, Tarziwarzi, Schikani, Mungo, Djungo, Wabra, Zenso, Kandelabra, Abra, Kadabra. Okay. Weißt du, wo er herkommt? Ich kann mir vorstellen, worauf du jetzt hinaus willst. Richtig. Ich habe quasi das Pendant zu deinem Hexspruch herausgesucht. Das ist nämlich der Hexspruch aus Bibi im Dschungel. Und was ja relativ deutlich wird in der Folge ist, dass Barbara erst über diesen Hexspruch, den Dschungelhexspruch, zur Lösung des Hexspruchs in der Folge, die wir jetzt besprechen kommen. Und deswegen ist dieser Hexspruch ja wahnsinnig wichtig. Und deswegen ist das mein Hexspruch der Folge. Denn ohne diesen Hexspruch würden jetzt immer noch alle Weihnachtsbäume in Neustadt mit Treppenstufen vorhanden sein. Ja, du hast recht. Also nicht nur ohne diesen Hexspruch, ja auch ohne diesen Fehler damals von Bibi sich in den Dschungel zu hexen, hätten sie ja niemals die Lösung gefunden. Das ist quasi, das finde ich auch das Schöne an der Folge, dass sich so wirklich intensiv ja auch noch auf eine Vorgängerfolge bezogen wird. Ja, nicht nur auf eine. Und das ist ja schön, als Hörer und als versierter Bibi-Bloxberg-Hörer hat man ja auch dieses Vorwissen. Und ich habe natürlich direkt, also wirklich, wenn ich die Folge, als ich die Folge gehört habe, veräxte Weihnachten, habe ich direkt gesagt, okay, wieder so ein Abracadabra-Spruch, wie im Dschungel. Ja. Und ich hätte da auch noch eine Antwort darauf, weil du sagtest, wie kann das sein, dass Bibi so einen Spruch einfällt? Ich dachte, vielleicht hat Bibi beim Durchblättern von diesem uralten Hexenbuch diesen Spruch vielleicht schon mal gesehen. Da hat er sich ins Unterbewusstsein eingeschlichen vielleicht. Ja, genau. Die haben sich ja, also ich gehe mal davon aus, dass sie vielleicht geblättert haben und sich auch ein paar mehr Sprüche angeguckt haben. Und dann ist ihr der vielleicht eingefallen, dass es auch Treppeln stammen und dann, ah ja, richtig Abracadabra, ne? Das habe ich gedacht, vielleicht könnte das der Grund sein. Dass ihr der eingefallen ist. Ja, wer bringt Bibi beziehungsweise Barbara denn überhaupt darauf, dass dieser Zusammenhang besteht zwischen diesen beiden Hexensprüchen? Zwischen dem Hexenspruch vom Dschungel und dem Rückhexenspruch der Treppen? Das ist nicht Bibi und das ist auch nicht Barbara, sondern… Das ist der Bürgermeister, der hier in dieser Folge absolut unwissentlich, zur Lösung des ja eigenen, des eigentlich für sich selbst erklärten Problems beiträgt. Wow. Denn der Bürgermeister ist ja, der nimmt sich ja dieses Problem als sein eigenes an. Er geht davon aus, dass er dafür verantwortlich ist, dass die Neustädter gescheite Weihnachtsbäume haben. Seine Wiederwahl steht auf dem Spiel und er macht ja wirklich richtig viel Druck, also mehrfach. Und er taucht ja dann bei den Blocksbergs auch höchstpersönlich auf und da fällt nämlich genau der Satz, ja, wenn sie das Problem nicht lösen oder sie sollten sich in die Wüste scheren oder in den Dschungel. Mhm, was ein kurioser Satz ist. Ja, gut, aber… Habe ich zumindest selten so gehört. Gut, aber für die Folge ein ganz entscheidender Satz und vielleicht kam der auch aus seinem tiefsten Inneren oder seinem tiefsten Unterbewusstsein und er wusste, okay, wenn ich das sage, dann kann ich das ganze Problem hier lösen. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich, ja, bedenklich und diese Sorge habe ich auch schon öfters mal geäußert, dass der Bürgermeister hier auch wieder alles auf sich bezieht. Also das größte Problem ist ja, dass er um seine Wiederwahl fürchtet. Ihn interessiert überhaupt nicht, was seine Wählerinnen und Wähler denn für ein schreckliches Weihnachtsfest hätten mit einem krummen Baum, sondern es geht ihm wieder nur um sich und seine Wiederwahl. Und jetzt machen wir uns mal nichts vor, er hat auch wirklich schon schlimmere Dinge angerichtet als das. Also das wird ihm wahrscheinlich nicht mal jemand zum Vorwurf machen. Er kann da nichts dafür, dass die Bäume krumm sind. Ja, und wenn man jetzt auch mal wirklich ganz pragmatisch ist, wie stark beeinträchtigt eine Treppe und ein schiefer Weihnachtsbaum wirklich den Heiligen Abend? Ja, gut, das habe ich schon versucht öfters hier durchklingen zu lassen, dass das jetzt nicht das Schlimmste ist, aber ziemlich deutsch auf jeden Fall. Man braucht eine perfekte Tanne. Vor allem muss sie auch ganz gerade sein, die Tanne. Eine ganz gerade Tanne. Und übrigens, jetzt kommen wir wieder zu den Bäumen, aber bei uns wurde dann früher immer gesagt, ja, die hat Charakter, wenn die halt nicht ganz gerade wäre. Ist doch viel schöner, ist Natur. Ja, stimmt. Aber eigentlich wollte man immer eine gerade haben. Ja, wobei ich glaube, die wenigsten wachsen ja wahrscheinlich ganz gerade. Ja, ist halt Natur. Ist Natur. Was nicht so super natürlich läuft in dieser Folge, ist der Schnee. Also wir wissen ja, es kommt noch Naturschnee, aber der wird ja erstmal ignoriert, da wird ja nicht drauf gehofft. Vorher wird per Schneekanone, die Eddie erfunden hat, Neustadt beschneit. Das Ganze passiert ja von oben. Das heißt, Eddie und Bibi haben sich ein kleines Schneeflugmobil gebaut, aus diesem Fahrrad mit dem goldenen Propeller, welches auch beim Wettfliegen mitgeflogen ist. Und da ist dann die Schneekanone angebracht. Jetzt habe nicht nur ich mich gefragt, wie realistisch ist Eddies Flugmobil eigentlich, sondern auch einige NeustädterInnen. Darüber habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht. Wie realistisch ist das, mit so einer Schneekanone auf diesem Flugmobil über Neustadt zu fliegen? Ja, ich denke gerade daran, man könnte auch noch einen Schritt eher ansetzen. Wie realistisch ist das überhaupt, mit so einer mobilen Schneekanone so viel Schnee herzustellen? Denn Eddie kann die unter seinen Armen klemmen, wie wir in dieser Folge lernen. Das heißt, die kann nicht so groß sein. Und da kann auch gar nicht so viel Eis überhaupt reinpassen, dass effektiv so viel Schnee entsteht. Das finde ich schon unrealistisch. Ich finde diesen Gedanken oder dieses Konstrukt auch ganz interessant, weil das erklärt Eddie ja, es muss Eis da rein. Ich habe mal geguckt, wie funktioniert so eine Schneekanone eigentlich? Das ist ein ganz unkompliziertes Prinzip. Also in der Regel, es muss mindestens ein Grad, besser ist glaube ich noch, wenn es noch kälter ist, sein. Und dann hat man diesen Propeller, der saugt halt die kalte Luft an. Und dann wird in diese angesaugte Luft, wird Wasser eingespritzt und dann teilweise auch noch mit noch mehr Luft, sodass quasi kleine Eispartikel entstehen. Und darum wickelt sich dann noch ein bisschen mehr Wasser. Und dann kommt dieser technische Schnee, dann dabei quasi vorne rausgesprüht. Und das Besondere ist, das wusste ich nämlich auch gar nicht, dass der Schnee, der aus der Schneekanone, nicht so ist wie der Schnee, der vom Himmel fällt. Denn dieser Schneekanonenschnee, das ist technischer Schnee, der ist kugelförmig. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so Hagel, aber es ist ja kein Hagel, weil es ist ja kein Eis, sondern der ist kugelförmig. Und damit viel dichter, weil der Schnee, der vom Himmel fällt, der hat diese schöne Schneeflockenform. Ist ja auch gut oder beziehungsweise wichtig, dass der dichter ist, weil auf so Skipisten freuen die sich ja wahrscheinlich mehr über dichteren Schnee als über Naturschnee, oder? Das weiß ich nicht. Der Naturschnee wird ja auch verdichtet auf Skipisten mit der Pistenraupe. Ja genau, und das musst du dann ja weniger machen, wenn der schon verdichteter ist. Ja vielleicht, der bringt aber noch andere, viele weitere ökologische Probleme mit sich. Klar. Der Kunstschnee. Naja. Du warst dabei zu sagen, ob es auf dem, das Fliegekonstrukt mit der Maschine. Ich wollte noch was zum Schnee sagen. Ach genau, richtig. Und per se würde man ja erstmal länger für Strom nötig. So, Eddy erklärt aber Bernhard, nee, dafür braucht er gar nicht mehr, das funktioniert mit Druckluft. Das kann ich mir auch noch vorstellen, dass quasi über die Druckluft dieser Propeller angetrieben wird. Aber warum benutzt Eddy denn Eis? Also das Eis, das Eis muss ja noch erstmal geschreddert werden und klein und wieder zu Wasser. Warum benutzt er nicht einfach gleich Wasser? Warum nimmt er nicht einen Wassertank mit? Also der Prozess, wie aus diesen Eiswürfeln Schnee wird, der ist für mich nicht nachvollziehbar. Weil es muss ja kalt sein, es schneit ja auch später noch in Neustadt. Also theoretisch würde eine ganz normale Schneekanone ja ausreichen. Aber Eddy will da irgendwie dann Eis reintun. Und jetzt habe ich gedacht, okay, die fliegen mit diesem Flugmobil, okay, wir klammern jetzt mal aus, wie flugtüchtig dieses Mobil ist. Aber jetzt haben die da eine Schneekanone, die einen riesigen Propeller noch hat. Und der dreht sich ja, das muss doch auch einen total großen Rückstoß geben. Also verstehst du, die müssten ja, also das treibt ja auch an und das macht das ja instabil oder super schnell. Das ist ja wie noch ein zweiter Propeller, der noch angebaut ist. Aber du musst ja bedenken, dass der super klein ist, dieser Propeller. Weil diese Maschine ist klein. Ich kann mir das aber nicht vorstellen, dass das super klein ist, weil dann könnte man nicht ganz Neustadt beschneiden. Ja gut, dann haben wir irgendwo hier ein Problem. Denn in der Folge wird gesagt, Eddy klemmt die sich unter seinen Arm. Also irgendwas ist dann falsch. Ja und Bibi füllt ja auch noch, das finde ich eigentlich eine ganz süße Idee und ganz schön. Das erinnert mich übrigens an die Sportfestfolge, wo der süße Eis oder der süße Schnee im Schwimmbad ist. Füllt ja noch Marmelade mit zu diesen Eiswürfeln hinzu, sodass man süßen Schnee bekommt. Stelle ich mir für den allerersten Moment auch richtig cool vor. Mund auf, hochgucken, diesen technischen Schnee sich in den Mund resen lassen. Aber spätestens im zweiten Moment würde ich denken, es klebt jetzt. Alles, meine ganzen Klamotten kleben, meine ganzen Haare kleben, alles klebt, weil da Marmelade drin ist. Das ist ja super zuckreich. Stimmt, aber auch dieser Prozess des, ich lasse es mir in den Mund schneiden. Also Britta, du hast doch sicher auch schon mal dir Schnee in den Mund schneiden lassen, oder? Klar. Ja. Da passt ja nichts, also das dauert ja ewig, bis da mal so ein bisschen was kommt. Ja, das stimmt auch. Den muss man eigentlich eher so abessen. Aber ich glaube, das haben die Kinder dann nachher auch gemacht. Ja, okay. Weil das mit dem Mund auf, das ist ja, das dauert ja Jahre, bis da aber der Mund mal voll ist. Oder man eine Kugel im Mund hätte. Ja, okay. Wenn du eine Eiskugel im Mund haben willst, dann musst du wirklich lange, schmilzt ja auch direkt. Ja, stimmt. Aber zumindest für die Folge eine sehr nette Idee und ein sehr schöner Abschluss. Voll der schöne Abschluss, finde ich auch. Auf jeden Fall. Die Hexenbesenbewertung. Und damit kommen wir auch langsam zum Ende dieser Ausgabe in Zeit Neustadt, die ja ungefähr genauso harmonisch war, wie die Folge Bibi Blocksberg. Ich lege einfach mal vor mit der Hexenbesenbewertung. Ja, gerne. Und zwar, was mir aufgefallen ist insgesamt, ist, dass die Folge mich ein bisschen an die Folge Das verhexte Osterei erinnert hat. Bibi macht einen Hexfehler und ganz Neustadt ist betroffen. Du erinnerst dich, die Eier haben sich vermehrt und es muss irgendwie wieder was gefunden werden, um das Ganze rückgängig zu machen. Es ist so ein bisschen ähnlich, ne? Ja, das stimmt. Alle Weihnachtsbäume werden verhext und am Ende müssen die wieder irgendwie rückgängig gehext werden. Denn, naja, trotzdem muss ich sagen, insgesamt eine sehr harmonische und nette Folge passend zu Weihnachten einfach. Da ist eine gute Stimmung, da ist ein guter Vibe, würde ich jetzt mal sagen, zwischen allen Charakteren. Es sind auch ja alle unsere Lieblingsmenschen dabei. Carla ist dabei, der Bürgermeister ist dabei, Pichler, die gesamte Familie. Eddie. Und Eddie, den ich persönlich auch mag. Ich habe auch nichts gegen Eddie. Mir gefällt diese Erfinderart, die er hat, auch wenn es, wie wir festgestellt haben, nicht alles ganz so von Erfolg gekrönt ist. Es ist einfach eine schöne Folge, die man sich so durchhören kann. Ich habe natürlich den naheliegenden Vergleich gewagt. Die Weihnachtsmann-Folge und die Weihnachtsmänner oder verhexte Weihnachten. Da gefällt mir die Folge mit den Weihnachtsmännern doch etwas besser, weil es so ein bisschen mehr noch so eine Fantasiewelt aufmacht. Mit den Weihnachtsmännern eben. Und in dieser Folge ist es ja schon sehr, ja, rational würde ich schon fast sagen. Wenn man jetzt wegdenkt, dass man nicht hexen kann, ist es ja schon eine realistische Folge insgesamt. Es wird nicht mehr dieses, jetzt hätte ich fast ein Märchen gesagt, der Weihnachtsmänner erzählt, sondern es ist einfach alles knallhart. Man kauft Geschenke und man verschenkt sie und so weiter. Es nimmt so ein klein wenig den Zauber aus Weihnachten. Trotzdem will ich nicht zu kritisch mit der Folge sein. Die war wirklich solide und gut. Kann man sich gut anhören, gerade jetzt in dieser Zeit. Von daher würde ich sagen, gebe ich freundliche sieben von zehn Hexenwesen. Okay, also schon eher so ein bisschen durchschnittlich gut, ne? Sieben von zehn. Den Durchschnitt müsste man mal ausrechnen. Ich glaube, wir sind relativ weit oben beim, was den Durchschnitt angeht. Ich finde, also ich höre die Weihnachtsfolgen eigentlich wirklich nur um die, also in der Adventszeit und um Weihnachten rum. Deswegen habe ich jetzt vor ein paar Wochen das erste Mal auch wieder seit, ja, fast einem Jahr diese Folge gehört. Und ich muss sagen, ich finde sie wirklich richtig, richtig schön. Weil sie bringt mich in Weihnachtsstimmung. Mir gefällt das, dass es bei den Blocksbergs sehr harmonisch ist. Es gibt gerade keinen Streit. Barbara betont das am Anfang auch nochmal. Kein Streit. Es ist Weihnachten. Und ich finde die Folge insgesamt total rund. Da passierten die Dinge und das ist alles irgendwie ganz rund. Da kommt man quasi, kommt zum einen, kommt das andere. Und das mag ich sehr an der Folge. Ich finde es gut oder cool, dass der Bürgermeister so eine entscheidende Rolle spielt, einfach indem er so einen Brödsinn wieder von sich gibt, aber damit quasi die Lösung herbeizaubert. Ich finde die Idee total schön, dass Bibi allen Neustadt am Ende noch ein kleines Weihnachtsgeschenk macht mit diesem leckeren Schnee. Auch wenn man da jetzt nicht so lange drüber nachdenken darf, dass nachher alles klebt. Das gefällt mir wirklich gut. Also ich finde die richtig schön. Jetzt haben wir natürlich die Weihnachtsmann-Folge noch im Hinterkopf, aber ich muss der Folge neun von zehn Hexen lesen geben. Ja, das darfst du auch gerne tun. Das ist ja eine sehr solide Bewertung. Ich bin ja auch ein freier Mensch. Ja, du bist auch ein freier Mensch, das stimmt. Deswegen darf ich neun von zehn Hexen lesen vergeben. Ja, dann sind wir im Schnitt bei 16 von 20. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen, glaube ich. Ja, denke ich auch. Jetzt interessiert uns natürlich auch wieder, was ihr da draußen von der Folge haltet. Auf jeden Fall. Vielleicht auch im Vergleich mit der Folge Die Weihnachtsmänner. Es ist halt wirklich schwierig, weil es ist einfach anders, aber vielleicht auch einfach anders gut. Kann man vielleicht einfach so abgerundet sagen. Britta, wir haben jetzt ein Jahr Podcast hinter uns gebracht. Ja, das stimmt. Und bald ist auch das Kalenderjahr rum. Und es steht vor allem jetzt auch noch Weihnachten in einigen Tagen bevor. Ich möchte euch da draußen und dir, Britta, jetzt natürlich auch schon mal vorab ganz frohe Feiertage wünschen. Oh ja, das wünsche ich auch allen. Frohe Festtage. Macht das Beste draus, sagen wir mal so. Es wird auf jeden Fall, es kommen auch wieder noch bessere Zeiten. Wir wollen vielleicht ein klein bisschen dazu beitragen, dass die Tage noch ein bisschen schöner werden. Wir gehen in eine ganz kleine Mini-Weihnachtspause. Überraschen euch dann aber hoffentlich ganz frisch zum neuen Jahr direkt mit einer neuen Folge, die auch, ich sag mal so, zum Veröffentlichkeitsdatum am 1. Januar passen könnte. Ich glaube auch, jeder weiß schon oder jeder ahnt, um welche Folge es dann gehen wird. Oder fängt jetzt an, es zu recherchieren. Genau, oder so. Ist ja auch cool. Also, wir sind jetzt ganz kurz weg, aber kommen dann auch wieder schnell für euch zurück. Es sind quasi nur noch anderthalb Wochen jetzt dazwischen. Leider, also etwas mehr als eine Woche, aber keine zwei Wochen. Genau. Und damit hoffen wir, dass wir euch auch noch eine kleine Freude machen können. Auch am Mittwoch gibt es wieder ein neues Let's Play für die, die davon nicht genug bekommen können. Ich weiß, Britta, du guckst das von vorne bis hinten durch. Ich bin ein großer Let's Play-Fan, ja. Von daher, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als euch wirklich nochmal frohe Feiertage zu wünschen. Macht es gut. Lasst euch reicht beschenken. Hex auf. An dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön für dieses wirklich tolle Jahr mit euch und Inside Neustadt. Wir haben uns immer super gut bei euch aufgehoben gefühlt und werden es hoffentlich das nächste Jahr auch noch tun. Wir freuen uns, dass wir uns im neuen Jahr wieder hören können. Ich wünsche euch auch ganz, ganz schöne Weihnachten, schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und damit verabschiede ich mich mit einem Hex auf und Hex Hex.